Ladies and Gentlemen, ich melde mich ganz kurz hier aus meinem Urlaub. Ich bin in Italien, mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage, denn das hier ist tatsächlich die letzte Folge vor der Sommerpause. Es gibt noch eine Folge, aber nicht mit mir, sondern eine Folge AWFNR mit Überraschungsgast. In diesem Fall trifft Paul Ripke auf niemand Geringeres als Elias M. Barek. Und als ich Elias angerufen habe und gefragt habe, ey, sag mal Alter, hast du Bock? Na endlich! Ich hab schon gedacht, du fragst gar nicht mehr. Ich hätte ihn auch sehr gerne als Gast gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil mit Elias kann man wahnsinnig gut erzählen. Elias hat wahnsinnig viele Geschichten. Paul und Elias kennen sich schon richtig, richtig lange. Wir hatten mal zusammen auch ein sehr lustiges Wochenende auf Ibiza. Die beiden waren zusammen bei der Formel 1, also es wird sicherlich sehr, sehr spannend sein. Ich mag Elias sehr, ich schätze ihn sehr als Freund und als Mensch. Er ist ein sehr, sehr guter Typ und ich weiß, Paul kennt ihn noch länger und noch besser als ich. Ich bin sehr gespannt, was alles erzählt werden wird. Ich höre es mir dann selber an und damit der Hinweis, das ist dann auch die letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Wir kommen dann Mitte August wieder und für euch heißt es jetzt, wer steht mir die Show schauen jeden Dienstag und natürlich jetzt hier die Folge mit Paul und Elias hören, wie immer, natürlich präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und falls ihr unseren Newsletter noch nicht haben solltet, dann wird es aber Zeit, awfnr.de slash Newsletter. Und falls ihr noch nicht wusstet, dass wir mit der goldenen Henne ausgezeichnet sind, dann hört ihr wahrscheinlich zum allerersten Mal awfnr.de. Und ich sage herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin dann erst ab Mitte August wieder dabei. Jetzt Elias M. Barek und Paul Ripke. Viel Spaß. B. F. N. L. B. F. N. L. Hallo, hier ist Paul. Wer spricht auf der anderen Leitung? Hallo. Elias. Elias M. Barek. Spätestens an der Lache erkennt man es dann. An der Lache habe ich es erkannt, aber am Hallo nicht. Die ist unverkennbar. Es wurde schon oft danach gesagt, dass ich eine sehr dämliche Lache habe. Ist das so? Nein. Ja, doch. Es klingt auch manchmal ein bisschen schräg, wenn ich wirklich laut hals lache, dann klingt es meistens, ich glaube, es klingt etwas schräg. Oh, schön, dich zu hören. Wir haben ja gerade telefoniert. Ebenso. Wo bist du? Du warst auf Ibiza am Wochenende, habe ich gesehen, auf Insta. Bist du da noch? Bist du auf Ibiza? Ja, nee, ich bin in München. Ich bin in München. Ich habe gerade ein bisschen drehfrei ein paar Tage und bin zum ersten Mal wieder zu Hause. Das ist eine lange Zeit. Oh, mega geil. Das ist ja schön. Ich meine, Joko, immerhin, der hat eine ganze Karriere auf Lachen aufgebaut. Darfst du auch nicht vergessen, ne? Die Frage ist, was für eine Karriere ist es? Nein, Quatsch. Ein großer Fan von Joko. Sag mal, wo bist du denn? Ich bin zu Hause in Newport Beach. Ich bin gefangen. Ich habe doch kein Visum mehr. Ich komme hier nicht mehr raus. Aber es ist ein ganz schönes Gefängnis, muss man ja nach wie vor sagen. Ich sitze hier in Newport, in meinem Paris-Clubhaus, in der Gesangskabine und nehme einen Podcast auf. Es ist immer so aufregend am Anfang, weil man ja nicht weiß, wer es ist. Weil es ist ja wie so ein Blind Date. Wie oft habt ihr das denn schon gemacht? Zehn Mal oder so. Ach so. Es ist immer wieder crazy aufregend, weil man halt, also ich habe auch immer ein bisschen Schiss, weil es ging gleich los mit Steffi Giesinger. Und die hatte so ein bisschen so ein Hühnchen mit mir zu rupfen. Und das kann ja Joko nicht wissen. Also jetzt bin ich ganz entspannt und mein Puls geht wieder runter, weil wir haben keine Hühnchen zu rupfen. Das ist schon mal gut. Aber es gibt ja schon auch ein paar Leute. Das sagst du noch gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Aber es gibt ja Leute, mit denen. Aber so oft hast du schon gemacht? Ja. Mit dem man, mit dem man was? So ein bisschen über, also man kann sich nicht vorbereiten. Und das ist das, ich bin schon gerne vorbereitet. Also ich will wissen, was mich erwartet und habe damit total Probleme. Und ist übrigens was, was Rosalie, meine mittlere Tochter, die kann das auch überhaupt gar nicht. Wenn die nicht weiß, was passiert in den nächsten, also wenn ich so sage, komm, wir machen eine Radtour. Dann sagt sie, ja wohin, wann sind wir wieder da und wie weit fahren wir. Also die muss genau wissen, was passiert und die kann damit nicht umgehen mit elf Jahren, wenn was nicht perfekt geplant ist und so weiter. Also wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Du, aber ich bin auch völlig unvorbereitet jetzt. Also ich weiß wieso nicht. Ich habe dir, glaube ich, eh schon mal erzählt. Ich bin ja gar nicht so ein Podcast-Hörer. Also ich muss auch gestehen, dass ich selbst deinen Podcast, glaube ich, erst einmal gehört habe oder so. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Ich höre einfach generell in die Podcasts. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was daran so interessant ist, anderen Leuten im Reden zuzuhören. Vielleicht aber auch, weil man die Leute meistens kennt. Und das fällt dann auch gar nicht mehr so spannend. Ich weiß es nicht. Aber deswegen, ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier eigentlich machen. Also wir haben gesagt, ich soll dich überraschen und wir quatschen miteinander, aber ich weiß nicht so genau, was wir quatschen sollen. Da musst du mich jetzt so ein bisschen fühlen. Da kann ich dir helfen, ausnahmsweise mal. Also, grundlegender, also dein Bruder ist aber Podcast-Hörer, ne? Ja, der hört immer alles. Der hat, der hat, der hat, den kann ich in der Stelle bestimmt noch grüßen jetzt, wenn man es im Radio macht, oder? Ja, ich grüße meinen Bruder Raphael. Beste Grüße, Raphael. Wir hoffen, dir geht es gut. Also, grundlegend sind das einfach, also, was auch immer gerade passiert ist, was auch immer. Also, wir haben uns doch mal, wir haben uns mal auf ein Bier getroffen, in so einem Steakladen. Mit Campino? In München. Nee, zu zweit nur vor deinem Geburtstag. Da haben wir reingefeiert in deinen Geburtstag. Ach, da, wo Oliver Pocher noch kam. Ähm, und da haben wir, ich habe, es war gerade kein Empfang. Ich weiß nicht, hast du gerade was gesagt? Ja, da, wo Oliver Pocher noch kam. Und da haben wir, da haben wir eins meiner besten, eins meiner besten Biere getrunken. Also, so ist eigentlich Podcasten, dass wir uns, da haben wir uns getroffen und haben uns einfach drüber unterhalten, was ist gerade so aktuell, haben uns auch ein bisschen über alte Zeiten unterhalten. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen dann so, ja, was wir so mit Hip-Hop und was so passiert. Also, man quatscht einfach, man trifft sich auf ein Bier und unterhält sich darüber, was gerade so los ist auf der Welt, im Leben und was sonst so da ist. Und das Schöne am Podcast ist, dass man ja, also man kann Sachen erzählen, ohne es zu zeigen. Also, ich erzähle dann zum Beispiel, wie bescheuert ich mit dem Fahrrad hingeflogen bin. Und da gibt es dann kein Video oder, ja, peinliche Sachen sind für mich auf meiner Seite immer einfacher zu erzählen. Aber also, grundlegend ist es, also, de facto, wir kennen uns. Ich habe es verstanden, ich habe es verstanden. Ja. Wie lange kennen wir uns? Sechs, sieben Jahre? Wir haben uns, das war doch damals auf der Berlinale kennengelernt, das war, ich schätze mal, ja, ist bestimmt schon fünf, sechs Jahre her oder so. Aber genau, also, genau so eine Geschichte ist was. Also, wie wir uns kennengelernt haben zum Beispiel ist eine wunderbare Podcast-Geschichte, weil, also das ist, ähm. Aber wenn wir die ganze Wahrheit erzählen, dann, 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 das ist nicht so günstig für mich. Weißt du, was soll ich sagen? Wir cutten irgendwann, aber den Anfang kann man ja, also ich war, ich hatte einen Auftrag für den Stern, der Stern hat mich beauftragt in der Berlinale, ähm, reportagige Fotos für eine große Fotostrecke, eine 14-seitige Fotostrecke, so ist die Berlinale. Von Behind-the-Scenes über Premieren, über dies, das, was auch immer. Und, äh, von George Clooney über eben auch, äh, deutsche Schauspieler, wer auch immer sonst so da ist. Vielleicht kriegst du irgendwelche Fotos, die Geschichten erzählen. Und, also, de facto kann ich dir jetzt sagen, da kannte ich dich noch nicht. Also, ich, äh, kannte dich nicht persönlich, hatte weder eine Handynummer noch sonst irgendwas. Aber da war schon völlig klar, ähm, die Nummer eins in Deutschland, Elias Mbarek, die hätten wir schon gern auch auf einem Foto. Ach komm, echt? Und ich so, ja, vollgas. Und dann war ich so, wie soll ich das, wie soll ich das hinkriegen? Und da hatte ich das, also ich, ich versuch dann immer zu hasseln und versuch dann so hintenrum dies, das und hab dann unserem gemeinsamen Freund Josip, äh, eine Nachricht geschrieben und hab gesagt, hey Josip, du kennst doch Elias ganz gut, den kennst du schon länger, ne? Der ist irgendwie, also. Ja, ja, genau, das ist ein guter Freund von meinem Bruder. Genau. Und, ähm, der wiederum hat dann tatsächlich gesagt, ja, ich sag ihm mal Bescheid. Und jetzt, also, jetzt dreht sich, glaube ich, die, also, ich erzähl erst mal, wie es von meiner Seite war, weil ich stand am roten Teppich. Und da waren 50 Fotografen oder sowas und alle haben alle immer nur zugelassen. Also alle so, hey, ja, hier, da und der, äh, äh, äh. Und es ist schon immer ein ganz schöner Kampf am roten Teppich, finde ich. Egal, wo du stehst. Und wir standen am Ende mit dem Redakteur und der hat dann so ein paar Leute, die er kannte, abgegriffen. Die hatten aber alle keinen Bock auf Fotos, war Eröffnung Berlinale. Alle so, ja, ich hab grad roter Teppich, halbe Stunde alle Interviews gemacht, dies, das, was auch immer. Und, ähm, und irgendwann kamst du und jetzt muss man wirklich neidfrei und ohne, ich, äh, bin ja dein Freund und ich freu mich da immer. In dem Moment, wo du auf den roten Teppich gegangen bist, war eine komplett andere Energie, weil alle sich auf dich gestürzt haben. Alle. Alle wollten Interviews mit dir, die ganze, die, die Leute ziehen sich dann so zu dir hin. Das war wirklich krass. Du kamst auch relativ spät. Und ich war so zu dem Sternenredakteur, hab ich gesagt, ja, ey, keine Ahnung, guck dir das mal an, was das für ein, also ganz viel Fotografen, viel, viel, ein richtiger Energieschub. Und dann kamst du aber am Ende mit sehr viel Energie und Speed, glaube ich, weil du nicht mehr wolltest, dass Leute, du hast wirklich eine halbe Stunde Interviews gegeben und bist dann quasi vom roten Teppich, musstest in diese Premiere rein. Und ich hab's schon komplett abgeschrieben und hab so was auch immer. Und dann hast du im Augenblick, Augenwinkel, glaube ich, mich gesehen, bist angehalten, hast gesagt, Paul, oh, endlich kennen wir uns mal. Endlich, ich hab von Josip die Nachricht. Und ich hab mich, ich war so stolz, dass du stehen geblieben bist und zu mir hingekommen bist. Das hast du dir gezählt. Ich bin drei Köpfe größer geworden in dem Moment. Der Sternenredakteur hat auch so, hä, was ist denn jetzt los? Weil ich auch wirklich, also ich hab null gesagt, dass ich auch nur irgendwas. Und jetzt können wir mal die andere Seite. Also wie hast du, das war Josip, ne? Josip, ja, der hat mir geschrieben, meinte, hey, kennst du Paul Rübke, den Fotografen? Und das war ja auch kurz, glaube ich, nach deinem, nach deinem WM, ähm, diesem WM-WM-Ding, ne? Genau, zwei Jahre danach, anderthalb. Das hab ich natürlich damals auch verfolgt. Und dann hab ich, ähm, war natürlich ein Begriff, was du tust und was du machst. Und ich fand die Geschichte auch cool. Also, dass du da, dass du das einzige Foto, also die ersten Fotos, also die einzigen Fotos da direkt vom Rasen beim WM-Gewinn hattest. Und die ganze Zeit ja wirklich unmittelbar bei den Jungs da im Trainingscamp dabei warst und so. Und, ähm, ja, dann hat Josip gefragt, ob ich irgendwie Lust hab, da irgendwie so ein Foto mitzumachen. Und das geht auch ganz schnell irgendwie. Und ich meinte, ja, klar, sofort. Ja, und dann haben wir uns ja eh, dann hast du mich ja gesehen, wie ich wieder aus dem Kino, wie ich wieder aus dem Eingang. Also, der Film, es ist jetzt, jetzt darf, also, es ist eigentlich, es ist sehr unhöflich. Das Ding war, der Film war wirklich sehr langweilig. Und, ähm, ich hab mich dann so heimlich aus dem Kino gestohlen und bin einfach gegangen und bin dann alleine die Rolltreppe runter. Du hast gesagt, darf ich unterbrechen, du hast gesagt, ja, ja, machen wir danach auf jeden Fall. Und dann hab ich im Foyer gewartet. Also, es ist tatsächlich so, ich hab im Foyer, weil ich hatte keinen Platz für die Premiere. Ich stand da so im Foyer rum und irgendwann hab ich im Augenwinkel gesehen, wie jemand, der Elias M. Barak sehr ähnlich sah, auf der Rolltreppe so, jetzt nicht direkt nach Ende des Filmes mal losgegangen ist. Sagen wir es mal so. Ich bin dann ganz alleine die Rolltreppe runtergefallen, also aus dem Saal wieder raus. Da war so eine Rolltreppe und dann standst du da und ich hab dich auch gesehen, also ich hab gesehen, dass du mich siehst. Ja, ab dem Moment hatten wir sowieso dann, also das hat gebondet. Ja, und dann haben wir uns doch ins Hotel gegangen, haben da ein Foto gemacht. Genau. Und dann haben wir uns aber auch irgendwie unterhalten und dann hab ich sofort gemerkt, dass du, hab ich dein Talent sofort erkannt, dass du ein kleiner Menschenfänger bist. Und irgendwie es immer schaffst, Leute irgendwie in dein Band zu ziehen und dann fand ich es halt sofort irgendwie, fand ich es so angenehm mit dir. Und dann hab ich doch gesagt, ey, was machst du nachher noch? Wir gehen, ich geh mit ein paar Freunden was essen, kommst du mit? Und dann bist du mitgekommen und dann haben wir die ganze Nacht dann irgendwie noch auf einer Party nachverbracht und so und seitdem sind wir Freunde. Mein lieber Joko, du, ich bin ja gerade mitten im Gespräch, aber trotzdem die Frage Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß nicht, ob du da was nimmst. Ich weiß nicht, ob du irgendwas hast, was quasi da zusätzlich passiert. Ist gegebenenfalls Athletic Greens die Lösung aller Probleme? Kannst du mir das kurz mal erklären? Ja, aber hallo, also ich muss ja, wenn wir hier schon darüber erzählen, wie gut das ist, dann will ich es ja ausprobiert haben. Und tatsächlich gab es ein Probepaket und ich habe es in meinen Alltag aufgenommen. Also du kannst ja mal raten, also das ist, wenn man so möchte, wo normale Ernährung aufhört, ja, da fängt Athletic Greens dann erst an. Besteht aus, was glaubst du, wie viele Vitaminen? Hast du eine Ahnung? 75. Okay, bist gut vorbereitet. Ich habe es ja auch probiert und das ist super, ja. Ja, absolut. Und es schließt, wenn du so willst, die Nährstofflücken, die eine normale Ernährung mit sich bringt, die werden quasi von Athletic Greens, nicht quasi, sondern sie werden von Athletic Greens geschlossen. Ein All-in-One-Nährstoffversicherung, wenn du so möchtest. Das ist eine, ja, es ist einfach, du nimmst es morgen, also ich habe es so, ich mache mir morgens so einen Drink und nehme den zu mir und es ist einfach gut. Also gefühlt habe ich mehr Energie, mein Immunsystem ist stärker. Es ist vielleicht ein etwas bekannteres Thema, aber ich würde auch sagen, mein Darm ist ein bisschen mehr am Start. Und sie selber sagen auch, dass man gesünder damit altert und das ist ja was, in unseren Altern müssen wir gucken, dass wir da am Start sind. Und die Lücken, die wir einfach tagtäglich in unserer Ernährung haben, werden von denen aufgefüllt. Und deswegen finde ich, ist es eine ideale Variante, um die Nährstoffbedürfnisse komplett zu decken. Und egal, auch, und das ist vielleicht noch interessant, welche Ernährungsform man lebt. Gibt es ja mittlerweile von Keto, Paleo, Vegan. Alles ist möglich, geht damit, ist außerdem noch Laktose- und Glitänfrei. Und ja, ich würde sagen, wenn man es ausprobieren möchte, wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, denn es ist schon seit über zehn Jahren entwickelt worden und ständig weiter. Derzeit ist die 52. Version, ist ja auch spannend, dass man sowas mal erfährt. Das ist die 52. Version von Athletic Greens, die am Start ist. Und die umfassende Nährstoffversicherung für alle. Ja, also Versicherungen braucht man ja eher sonst für Hausrat und Auto und weiß ich nicht was. Aber wenn es um euren eigenen Körper geht, könnt ihr das natürlich auch gerne mal ausprobieren. Denn es gibt einen Rabattcode exklusiv für alle Roommates auf athleticgreens.com. Athletic schreibt man A-T-H-L-E-T-I-C und dann greens.com slash AWFNR. Erhaltet ihr für die Erstbestellung im Abo nicht nur die Willkommensbox mit Keramikdose, die übrigens sehr gut aussieht und Shaker, sondern außerdem ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und noch fünf Travelpacks. Geil. Also unbedingt vorbeischauen, athleticgreens.com slash AWFNR. Und ich packe es auch nochmal in die Shownotes und du quatschst jetzt weiter mit deinem Gast. Also manchmal fragen mich ja Nachwuchsfotografen oder dies und das und eigentlich ist das ein ganz schönes Beispiel dafür. Also A, war das Foto gar nicht so wichtig, glaube ich, oder? Also das war jetzt auch nicht ein krass geiles Foto und was Besonderes, sondern es war, ja, es war ein backstagiger Moment. Weißt du, also so das Motiv war quasi, du machst dich fertig für eine große Premiere. Du siehst ja sehr, sehr gut aus mit einem Anzug und einem Smoking und so weiter und dann machst du dir die Schuhe zu und das war dann schon das Motiv. Das ist ja ein geiles Motiv. Also als Foto, da habe ich auch jetzt nicht stundenlang fotografiert, sondern kurz. Und danach habe ich auch gar nicht mehr fotografiert, ne? Also so als wir dann essen gegangen sind, hatte ich die Kamera gar nicht mehr dabei, glaube ich. Das stimmt, aber das weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube da nicht, weil das wäre dann, glaube ich, auch komisch gewesen. Also dann hättest du mich auch gewundert, warum du jetzt da Fotos machst. Aber sonst, wenn wir uns sehen, hast du doch auch fast immer die Kamera dabei. Und das finde ich dann auch eher witzig, dass du dann immer drauf wirst, dass du dich aber total weißt, dass das nicht irgendwo landen würde, dass du Fotos nicht sich irgendwie nutzen würdest ohne, 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 ohne das Einverständnis oder so. Also ich finde es dann eher schön, wie viele Urlaubsfotos ich durch dich habe und andere Erinnerungen und ich mich dann nicht selbst drum kümmern muss, ja. Ja. In Mexiko waren wir mal. Also man muss dazu auch sagen, für den allgemeinen Hörer, wenn man mit Elias unterwegs ist, dann, also es gibt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, die Paparazzi-Verfolgung ist mit dir tatsächlich genauso doll, wie wenn man mit Lewis Hamilton unterwegs ist. Nein, das glaube ich nicht. Also die, doch, Vollgas. Also ich meine, ich habe es ja beides hinter mir und ich habe, ey, wie viele Abschüsse, wenn wir irgendwie in Tulum, aber also so, ich meine, ich habe es ja nicht mehr. Ich habe mich ja dann informiert, wie das sein kann, dass eine Bildredaktion aus Deutschland mir eine Viertelstunde, nachdem wir beide am Strand von Tulum ich eine Insta-Story, glaube ich, von dir mache oder sowas, dass da mir jemand einen Paparazzi-Abschuss davon schickt, was ja bis heute eins der lustigsten Fotos ist, weil der Winkel so komisch ist. Erinnerst du es noch? Ja, wo ich so klein aussehe und du so groß. Ja, weil du stehst total abschüssig und ich stehe vier Meter näher an der Kamera und dadurch sehe ich aus, als ob ich einfach alles doppelt so groß bin wie du. Sehr, sehr lustig. Und ich frage mich, wie schnell das geht, aber tatsächlich sind ja, also Paparazzis gehen an Hotspots, wie zum Beispiel Formentera und fotografieren einfach alle ab, die da runtergehen und lassen dann Gesichtserkennungssoftware durchlaufen. Ja, aber dann hast du ja schon die Erklärung. Genau, und wenn dann irgendwas passiert, ja, aber also. Also die kennen einen ja gar nicht, die machen eben dieses Gesichtserkennung. Hat es eigentlich einen Namen, dieses Programm? Ist das du mir mal zählen? Ich wusste es ja gar nicht. Könnte Google sein wahrscheinlich, die das als Google. Aber das ist ja wirklich, wenn du Gesichter erkennst, also wie Shazam für Fotos, ne? Für Persönlichkeiten. Ist echt total krass. Also so kannst du auch, also per se kannst du so auch deine Urheberrechtsverletzung, also wenn du Fotos machst und wissen willst, wer die falsch benutzt, das ist die gleiche Software sozusagen. Und also gehört habe ich zum ersten Mal davon mit wahrscheinlich der schäbigsten Geschäftsidee, die ich je gehört habe. Und hoffentlich sind sie inzwischen pleite, die Leute, die das gemacht haben. Ich kenne einen Rechtsanwalt, der sich mit einem Fotografen zusammengetan hat und die haben quasi Fallen gestellt im Internet. Die haben Bilder gemacht, die so rezeptmäßig, so allgemeine Stockfotos von so Mehl, Eier, was auch immer. Und haben die dann ins Netz gestellt und haben dann gehofft, dass irgendjemand, wenn er Eier und Mehl eingibt, dieses Foto sieht und bei sich benutzt, bevorzugt irgendwelche Hausfrauen, die quasi nur einen kleinen Block machen. Und dann haben sie die abgemahnt als Nutzungsrechtsverletzung und haben 50-50 zwischen Fotograf und Rechtsanwalt gemacht. Eine Unverschämtheit, wie ich finde. Also das so zu machen, eine absolute Unverschämtheit. Also ja, das ist einfach, aber ja, aber man wird natürlich, also so, klar, mit Louis ist es auch doll. Und da haben wir immer, da haben wir teilweise, sind wir dann mit Jetskis, sind wir Paparazzis jagen gegangen. Das war immer lustig, weil es war immer so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wie die jagen gegangen? Also wie kannst du Paparazzi jagen? Ja, die sind halt von Monaco, jetzt kommt hier wieder Name-Dropping und was auch immer. Und da waren auch schon so, ja, da war Bella Hadid auf dem Boot und dies und das. Und dann waren halt drei Paparazzis auf Jetskis, die immer drumherum geschwärmt sind. Und die dürfen, glaube ich, 150 Meter in Entfernung, dürfen sie sich wieder frei bewegen. Und dann sind wir immer mit den Jetskis hingefahren und sind so mit kurzen Kurven, haben wir die immer nass gespritzt, weil die ja Kameras hatten. Und dadurch sind die dann weg. Das war immer Katz-und-Maus ein bisschen. Die wissen ja auch. Aber in dem Fall habt ihr die wenigstens gesehen. Ich finde es ja immer krass, wenn es passiert, dass man die ja gar nicht mitbekommt. Also mir passiert das ja, also wenn es mal passiert, dann weiß man, man denkt sich immer so danach so, wo war denn der Typ? Also das ist so, die haben ja irgendwie so krasse Teleobjektive oder so. Also man sieht die ja oft gar nicht. In Tulum, da bin ich ja danach dann hin und habe es mir angeguckt. Das ist halt in 100 Meter Entfernung ein Typ, der einfach am Strand sitzt und ein Handtuch übe. Ja, den hattest du gesehen? Okay. Also das ist nicht zu erkennen, glaube ich, normalerweise. Aber ja, also ey, wir waren noch mal bei so einer, wir waren mal bei einer anderen Premiere in Berlin, glaube ich. Da war ich mit dir. Und da muss man, das hat mich echt, also das fand ich sehr beeindruckend, wie, also es ist schon, ich würde schon aus vollem Herzen sagen, dass du in Deutschland der krasseste Star bist, den ich kenne. Also wenn man mit dir unterwegs ist, dann ist es schon immer so, dass einfach sofort mindestens 80 Prozent der Leute sofort wissen, wer du bist. Also und das ist mit anderen Leuten ja ein bisschen, also mit Materia ist das ein bisschen nischenmäßiger, mit Joko, klar ist der auch auffällig, aber ist das so normal? Also bei dir war es schon immer, also als wir aus diesem Kino rausgegangen sind in Berlin und hinten dran kamen kreischende Frauen, sind dir hinterher gerannt und wir, also das ist ja schon crazy. Ja, aber der hat sich ja auch Gott sei Dank auch alles wieder ein bisschen normalisiert. Ich meine, das war ja auch, es gab ja auch Hochzeiten, also nach Fakir Goethe oder immer, wenn die Filme so draußen waren, da war das natürlich dann auch so, da war alles voll mit Plakaten und Werbung für die Filme und da merkt man es dann richtig, da geht es dann irgendwie nochmal, dann hat man nochmal so eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn man auf der Straße ist, aber ich bin eigentlich auch, also ich bin auch sehr froh darüber, dass sich das alles wieder ein bisschen normalisiert hat und also, jetzt ist, es gibt keine kreischenden Frauen mehr oder so, die hinter mir herlaufen oder so oder ich kann auch gerne ganz normal wieder einkaufen gehen oder sowas. Das war manchmal nicht so möglich, aber das ist, das ist glaube ich auch immer echt phasenweise und das ist halt auch immer mit, das hat auch immer, das merkt man auch automatisch, wenn ein Film draußen ist oder so. Also, ich meine jetzt, gerade auch Corona-bedingt war ja lange nichts los und ich habe jetzt auch irgendwie keinen Grund gehabt, irgendwie groß in der Öffentlichkeit stattzufinden, dann merkt man sofort, wie man auch schnell wieder so ein bisschen vom Radar verschwindet, was auch gut ist. Ja, aber also trotzdem ist die, also ich fand es immer, ich finde es immer faszinierend, wie du auch, also es ist ja teilweise wirklich ein Eingriff in deine Privatsphäre, wenn fünf Leute, wenn wir im Restaurant sitzen und zum dritten Mal ankommen und nochmal für die Schwester, nochmal ein Videoaufsager für jemand anderen und erinnerst du noch, also einmal ist dir, glaube ich, einmal rausgerutscht, ja, jetzt, wir machen noch zwei Fotos, aber dann ist auch gut und dann beschäftigt dich das ja eine Stunde lang, das hat mich, also es hat mich nachhaltig echt beeindruckt, dass du eine Stunde lang noch darüber nachgedacht hast, oh fuck, jetzt habe ich den, war ich jetzt unfreundlich zu denen, war ich jetzt irgendwie, also das hat dich ja wirklich beschäftigt in dem Moment, dass du denen nicht alles gegeben hast. Ja, weil es ist ja auch schnell, es geht ja auch schnell, dass man dann irgendwie mal irgendwie keine Lust drauf hat oder so, man möchte ja auch nicht immer irgendwie Fotos machen, man möchte ja auch nicht immer fotografiert werden oder man möchte auch nicht immer, was heißt immer, oder möchte auch manchmal einfach nicht gestört werden, wenn man sich gerade unterhält oder so, das ist ja total, total, total menschlich. Aber gleichzeitig möchte man natürlich auch nicht Leute verbrennen, also ich meine, du kennst das doch selber, also man empfindet sich selbst ja nicht als mehr besonders oder wie sagt man, besonderer, ach, was ist, wie heißt das Wort? Mehr besonders. Mehr besonderer, besonderer, auf jeden Fall, als mit anderen, das findet ja nur bei den Leuten dann statt, also die Leute sehen einen dann und sagen so, okay, das ist die und die Person oder der und der Sänger und für einen selber ist es ja nicht aufregend oder so und dann ist es halt dann manchmal auch nicht so einfach, sich dann in diese Aufregung hinein zu versetzen, zu denken, okay, dieses Foto oder dieses Autogramm oder das bedeutet so einer Person so viel, weil man selber das ja überhaupt nicht, also ich bin aber generell auch, sonst war ich auch früher schon nicht irgendwie, in unserem Beruf lernen wir jetzt total viele Leute kennen, die alle in der Öffentlichkeit stehen, ich merke, das ist halt, also das kriegt ihr überhaupt nicht mehr, oder findest du? Also wenn du irgendwie jetzt noch Leute kennenlernst, das ist ganz, ganz selten, dass man irgendwie sich denkt, das ist jetzt irgendwie cool, man, ich finde man hat eher immer so, man fragt sich eher immer so, ist die Person, ist das eine gute Person, so mag man die, ähm, ähm, ist der genauso nett, wie man ihn kennt oder so, oder die, oder, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist so das, was, was noch interessant ist, aber so ansonsten denkst du dir, hey, come on, kochen ja auch alle mit Wasser. Also ich glaube, die einzige Person, wo ich wirklich mal richtig starstruckt war, war Liam Gallagher, das ist ja ein großer, großer Held von mir, der Sänger von Oasis, ähm, ja, der saß im Flugzeug mal vor mir und, äh, zwei Reihen vor mir und ich hab wirklich diesen, das war ein Flug von Berlin nach München, glaube ich, ich hab den ganzen Flug über nur auf seinen, seinen Hinterkopf gestarrt, als er aufgestanden ist und dann auch so ein, so wirklich so ein fleischer, butcher Bodyguard dabei hat, wirklich so einen richtigen, so Stiernacken und tätowierten Hals und so, und da ist mir so, wow, der Typ ist einfach, der hat so viel Style, es ist einfach Wahnsinn und ich war echt einfach fasziniert, ich hab mir einfach nur angeguckt, aber ich hätte mich niemals getraut, den nach einem Foto zu fragen oder irgendwie anzusprechen oder so, weißt du? Ja, was machst du gerade, also was, was drehst du gerade? Du drehst einen Film, ne? Du hast gesagt, du drehst gerade was. Ich dreh gerade einen Film, ja, so einen, ähm, einen Film. Kann man da schon was drüber sagen? Ja, eine Spiegelaffäre, damals gab es so einen Spiegelskandal mit, mit, ähm, mit, ähm, mit gefälschten Artikeln im Spiegel und, ähm, ähm, und ein Journalist, der das alles aufgedeckt hat damals, und, äh, das verfilmen wir gerade, das verfilme ich gerade hier mit, mit Bulli als Regisseur und genau, da hab ich jetzt ein bisschen Pause, aber dann geht's weiter, wir drehen nochmal jetzt ab übernächste Woche, ein paar Wochen in Spanien und, ja, dann ist es auch, auch, dann ist es auch im Kasten, das Ding. Wie bereitst du dich vor auf sowas? Also wie, wie viel liest du da davor? Ja, viel, also über das Thema natürlich, es kommt natürlich immer auf den Stoff an, aber, klar, man beschäftigt sich natürlich mit der Figur, die man spielt, mit dem Drehbuch, das Drehbuch ist halt ungemein wichtig, dass man halt auch die Szenen wirklich versteht und die, die, die sich da auch einfach reinfühlt und dann findet aber wirklich sehr viel Arbeit natürlich am Set statt. Wenn man einen guten Regisseur hat oder gute Regisseurin, dann, ähm, dann ist es, ist die Arbeit am Set eigentlich das Ausschlaggebende und da entsteht ja eigentlich so die ganze Magie im, im, im Zusammenarbeit mit dem Team und mit allen Leuten, die da, die da in so einem Film mitwirken. Aber du, also, du spielst den Journalisten sozusagen? Genau, genau. Ich weiß nur tatsächlich, ähm, deswegen, ich bin jetzt gerade so ein bisschen verschlossen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie viel ich jetzt zählen darf. Ja, nee, alles cool. Ich weiß nicht, ich weiß aber, es gab ja eine Pressemitteilung, dass wir einen Film drehen, also, äh, das dürfte total in Ordnung sein. Ich, ich, ich bin mir trotzdem gerade nicht so klar, wie, wie sehr ich ins Detail gehen darf, deswegen, ähm, ich hab eine andere Frage, der, wir haben, genau, über einen anderen Film, du hast irgendwann mal, also, bevor du einen Film drehst, gehst du ja schon, wirst du nochmal fit immer, ne? Also, du bist ja schon immer dann, du bereitest dich auch visuell vor, nicht nur inhaltlich, sondern du, du. Es kommt auf die Rolle an. Achso. Ja, bei Fakir Goethe muss ich es ja machen. Da war das ja auch eine vorigeige Figur, der war, das hatten wir, der muss ich, der muss ja dann auch immer gleich aussehen, Siggi Müller. Ja. Nee, in dem Fall ist es gar nicht. In dem Fall ist es eher so, dass ich ein bisschen gemütlicher bin. Also, ich sehe ein bisschen gemütlicher aus. Ja, hast du ein bisschen gut gehen lassen. In der Pandemie. Ich war ja mal bei Nightlife dabei, weißt du noch, da hab ich die Setfotos gemacht drumherum, das war wie so ein Praktikum beim Film, bei dir, dich mal zu sehen. Das war schon, also, das war schon crazy zu sehen, auch Freddy Lau, also, der verrückteste Mensch, den ich, glaube ich, je kennengelernt hab, wie der so, also, wie ihr unswitcht in diese Rollen rein und wie quasi Vibe dieses, also auch, ja, auch wie Simon da quasi für Stimmung gesorgt hat und dies und das und zwar so in der Bar, so die Szenen. Boah, weißt du, das war schon echt beeindruckend. Nach dem Dreh einmal, weißt du noch, wie wir zu dieser Premiere gefahren sind? Oh Gott, der Kalina. Das war witzig. Wie war denn der Ablauf? Wir sind, wir, wir haben erst. Ich war noch am Set und dann hatte ich, genau, ich musste doch danach, an dem Drehtag, sollte ich noch auf irgendeine Open-Air-Veranstaltung von der Falkolini. Und die hatten eine Open-Air, also eine Kino-Aufführung irgendwo außerhalb von Berlin und ich sollte da irgendwie um 9 Uhr, weil damals war Sommer zu der Zeit und es wurde erst um 9 Uhr dunkel, um 9 Uhr war Filmstart und ich sollte vorher auf die Bühne gehen und den Film ankündigen und halt irgendwie, das war ja ein Haufen Leute, die da waren und so. Ja, und ich hatte zugesagt und wir waren noch am Set und es war auf einmal irgendwie so um 6 Uhr Drehschluss oder so und ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Also es war irgendwie zu wenig Zeit, um noch ins Hotel zu fahren, aber auch zu viel Zeit, um jetzt irgendwie nur rumzusitzen. Da haben wir doch gesagt, komm Paul, gehst du mit, gehen wir was essen. Ach nee, ich hab dich gefragt, ob du mitkommst auf die Veranstaltung, weil ich meinte, ich hab eh keine Lust, das ist irgendwie eine Dreiviertelstunde Fahrtweg oder so und ich möchte jetzt ungenau, also komm doch einfach mit, dann ist es nicht so langweilig. Du meinst ja und dann meinte ich, komm, dann lass uns aber in der Zwischenzeit noch was essen gehen. Dann haben wir Paulina gefragt, die ja Berlinerin ist und wir hatten da irgendwie doch im Westen, West-Berlin immer gedreht und haben sie gefragt, ob es ein gutes Restaurant in der Nähe gibt. Dann meinte sie, ja, da ist dieser Italiener, können wir auch nennen, oder? Piccolo, Piccolo Monde hieß der, glaube ich, Piccolo Monde, super Italiener in Berlin, weil es sich jemand für italienische Küche interessiert. Und dann meinte sie, hey, was macht ihr, geht ihr da hin, kann ich auch mitkommen? Ich so, ja klar, komm auch mit. Dann sind wir doch da rein und Paulina, man merkte richtig, dass sie diesen Laden, also sie war schon öfters dort, ne? Also sie wurde, sie war so die Königin. Alter Schwede. Da sind, also die Ober sind, die haben alle stehen und liegen gelassen. 14 Bedienstete in diesem Restaurant, der Koch kam raus. Die Küche kam raus. Also die, die haben gejubelt, dass Paulina da reingelaufen ist und wir so, äh, Entschuldigung. Das war wirklich eins der krassesten Intros, die ich je in irgendeinem Restaurant gesehen habe. Die Küche kam aus der Küche um sie zum Abend, es war so krass. Und, äh, dann saßen doch da, am Nebentisch war doch so eine, da war eine Familie und die hatten, die hatten irgendein jüdisches, irgendein jüdischen Festland. War mitzwein, glaube ich, tatsächlich. War mitzwein, genau. Ja. Da haben die uns auch die ganze Zeit gezwungen, diesen Wodka mit dir zu trinken. Boah. Und dann, weißt du, wir müssen es anstoßen. Das waren russischstämmige, ja. Und Paulina wusste natürlich sofort, die kannten sich. Genau, weil ihre Religions-, ihre Musiklehrerin auch am Nebentisch saß und so. Genau. Also ich glaube, da saß so halb West-Berlin und irgendwie Leute, die sie kannten. Und dann mussten wir auch die ganze Zeit auf den Sohn anstoßen mit diesem Beluga-Wodka. Alter. Der war sehr, sehr gut. Der war super. Aber dann hatten wir doch voll einen Tee und dann meinte Paulina, hey, übrigens, Oliver Schulz ist in der Nähe oder wohnt in der Nähe oder so. Und dann haben wir doch gesagt, hey, was ist mit dem? Und dann kam der auch noch. Und dann habe ich, da haben wir doch, also du kannst ihn vorher auch nicht, ne? Ne, ja, zwei, dreimal Hallo gesagt, ja. Okay. Ich kannte ihn vorher nicht, aber ich bin ein großer Fan von ihm. Auch gerade, was seine Musik angeht. Und dann stand Oliver Schulz auf einmal noch da und saß dann auch noch bei uns am Tisch und musste dann auch die ganze Zeit Wodka trinken, ne? Und irgendwann, und dann hieß es, irgendwann habe ich den Anruf bekommen mit Elia, so bist du, der Fahrer wartet vor der Tür und du müsstest endlich mal losen, so. Ja. Und es war schwer, dich zu lösen von dem, also von den, von der, von der russischen, von dem Extra-Raum, wo quasi neue Freunde mit Olli Schulz haben. Wir haben uns auch echt verbrüdert, da habe ich, das war auch der Abend, wo ich den lieben gelernt habe, was für ein geiler Mensch. Und dann haben wir doch immer alle eingesammelt. Einer so, wo geht der, wo muss ich so, ich muss jetzt auf diese Veranstaltung, kommt doch alle mit. Stimmt, Olli Schulz war da auch noch dabei, der ist auch noch mitgegangen. Dann ist doch Alina, du, Olli und ich sind auf diese, dieses, dieses, dieses Open-Air-Kino und wir sind doch, als wir ankamen. Also wir haben, glaube ich, sogar eine Flasche Champagner noch geklaut oder mitgenommen. Nein, die geklaut. Also wir haben Geschenke gekriegt für einen Weg oder so. Genau, die haben sie uns mitgegeben. Ja. In so einer angezündeten, richtigen Partystimmung kamen wir da an und das, also, das war schon so, als wir schon aus dem Auto rausgepurzelt kamen, war klar, da waren so drei Presseveranstalter von, also da war so die Presse-Referentin von der Veranstaltung Open-Air-Kino in wo auch immer das war, im Berliner Westen. Und es war ja schon ein sehr, sehr ernster Film, wo man durchaus ein inhaltlich ernstes Gespräch vielleicht darüber, über den Freikolini führen könnte und dies und das. Ja, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht, aber wir waren schon in einem anderen Vibe. Also wir sind in einer anderen Stimmung eingeritten, würde ich sagen. Es ist so lustig gewesen, dass dann einfach alle mitgekommen sind. Voll. Ohne Funktion. Das war einfach auch egal. Wir kommen jetzt immer alle mit. Und du hast auch erstmal alle vorgestellt, weil Paulina auch so, ja sag bloß nichts zu mich. Du gehst auf die Bühne und hast gesagt, ja und sagt alle bitte mal Hallo zu Paulina und Olli Schulz und die saßen dann da rechts und mussten, dann ging das Licht an und so. Oh, das war großartig. Und danach sind wir dann bei Olli gelandet und haben noch musiziert mit ihm, beziehungsweise er. Es war lustig. Wenn der die Gitarre, das ist ein Skill, was geil ist. Wenn der, wenn jemand einfach Gitarre, kannst du ein Instrument spielen? Ich habe auch mal Gitarre gespielt, ja, aber nicht so krass. Und Akkordeon habe ich gelernt als Kind. Also auch Ziehharmonika genannt. So krass. Ich wollte eigentlich Klavier lernen, aber wir hatten kein, warum? Ich wollte Klavier lernen, aber wir hatten keinen Platz für ein Klavier. Und dann habe ich eine Ziehharmonika bekommen. Es ist dasselbe. Es sind auch Tasten. Weiß und schwarze Tasten. Bisschen anderer Winkel, aber man. Könntest du jetzt noch was spielen auf dem Akkordeon? Nee, rudimentär. Also wirklich nicht, 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 nicht krass. Also gar keine Frage. Wo bist du überhaupt aufgewachsen? In München, ne? In München, ja. München-Sending. Zusammen mit dem Sänger von Milli Vanilli. Da muss ich mal ganz stolz dazusagen. Ich bin voll stolz. In der gleichen Hurt. Ja, der hat ein paar Straßen neben uns gewohnt. Der ist leider verstorben mittlerweile. Rob hieß der. Der echte Sänger oder der falsche Sänger? Waren die nicht? Ja, die in Anführungsstrichen die falschen. Also die halt sozusagen, die das ja gar nicht selber gesungen haben, aber halt die Band waren. Die beiden sehr gut aussehenden Männer. Wiener. Ja. Okay. Aber du hast auch einen Wiener Pass oder einen österreichischen? Du hast, was für eine Staatsangelegenheit? Einen Wiener Pass. Entschuldigung, Mann, ich bin... Aus welchem Land kommst du? Wien. Ja. Aber irgendwas war doch mit Österreich. Ich weiß nicht, Niki Lauda hat die ganze Zeit abgefeiert, dass du... Stimmt. Den hast du mir mal vorgestellt. Das war cool. Genau. Auch großartiger Abend. Also, ja. Da in Budapest, wo du mich eingeladen hast, ne? Korrekt. Jetzt schwägen wir so in alten Erinnerungen. Ich hab dich damals ja eingeladen, oder... Also Nico hat dich eingeladen, Nico Rosberg, und der hat mich damals betreut, um das einfach mal am Wochenende zu erleben. Und das war in Budapest. Und da warst du samstags, glaube ich, beim Qualifying da. Und was total crazy war, weil ich glaube schon, real recognize real, wie Niki Lauda relativ schnell gecheckt hat, wer du bist, und nicht als jetzt, ich sag mal, Filmstar, sondern als Aura so ein bisschen. Also, wir haben euch irgendwie kurz bekannt gemacht, und der hat sofort, fand der dich mega gut. Und ich meine, ich hab viele, viele Wochenenden mit Niki verbracht, und der hat ganz, ganz selten immer nur gesagt, komm, wir gehen heute Abend essen. Also, und das war wirklich, und mit Georg Nolte, weißt du noch, George, der, dann hat er gesagt, komm, wir gehen heute Abend. Und das passiert nicht oft, dass Niki wirklich gesagt hat, ey, oder es ist nicht oft passiert, dass er gesagt hat, komm, wir gehen Samstagabends essen, weil jeder, die ganze Formel 1, will Samstagabends essen gehen mit Niki Lauda. Und dann sind wir da essen gegangen, und das war so ein geiler Abend. Weißt du es noch, wie der auch, also, wie wohl der sich gefühlt hat, in deiner Gegenwart auch, das war so, weil er endlich, der hat auch gecheckt, dass du jetzt nicht ihn zulaberst mit das und das und dies und das und bla, sondern der, das war echt, der hat sich richtig wohl gefühlt. Das hat man richtig gemerkt. Und auch für dich war es ja geil, oder? Ja, mega, der hat ja voll ausgepackt und wir saßen auch total lange und der hat dann irgendwie die ganze Zeit unfassbare Geschichten von früher erzählt, wie das da war im Rennzirkus und was er so erlebt hat und so und es war cool, also es war richtig interessant, ja. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Voll, nein, das war ein unfassbarer Abend und ich glaube, haben wir da auch die Kappen getauscht, war das der Abend? Ja, das habe ich sogar noch, ich glaube, das Video habe ich sogar noch, das müsste ich irgendwo noch, das habe ich damals auf Instagram gepostet, nee, ich glaube, damals gab es noch nicht mal, gab es damals schon Instagram so hart? Ja, da gab es schon Instagram, aber es war... Ich glaube, ich habe das nämlich damals tatsächlich auf Dingen, wie hieß denn das andere nochmal, weil es jetzt so out ist eigentlich, ähm, ein anderer Portal. Snapchat? Snapchat! Ich habe damals Snapchat immer benutzt. Snapchat ist riesen large jetzt wieder übrigens, also hier in Amerika, die ganzen Kids, ist meine Tochter, habe ich jetzt letztens, Alter, wenn du mit Polly, die ist ja fünft, du hast ja mal, äh, letztes Jahr war sie da, wann warst du da? Vor zwei Jahren, ne? Wann warst du hier in Kalifornien? Ich war im Januar, muss ich auf Instagram nachgucken, ist immer so geil, wenn man nicht mal weiß, wann irgendwas stattgefunden ist, dann guckst du einfach auf Instagram nach. Äh, ich glaube, das war vor zwei Jahren. Ja, genau, Januar vor zwei Jahren. Da war Polly noch zwölf, jetzt ist sie vierzehn, blond, groß, braungebrannt. Und wenn du mit der durch eine Mall gehst, dann, also A, ist das neue Ding, also nicht nachpfeifen, sondern alle sagen Schisch. Also immer Schisch. Schisch. Und so weiter, ja, total. Und hundertprozentig, also wie oft ich Schisch gehört habe von irgendwer, wenn ich so, Alter, das ist meine Tochter, bist du, also, was soll denn das? Also, naja, gut, aber, ähm, ist schon schwierig. Und das zweite, was wirklich, wirklich mindestens zehnmal passiert ist, während anderthalb Stunden einkaufen in einer Mall, also wir haben bei Apple was gekauft, ähm, da mehrfach kommen Leute hin und sagen, can I get your Snap, please? Also, das ist das Neue, kann ich deine Nummer haben, ist, can I get your Snap? Also, die sind alle auf Snapchat und kommunizieren alle auf Snapchat und sind alle, also, iMessage findet fast gar nicht statt, sondern, also hier in Kalifornien. Und da ist Snapchat riesengroß in so der direkten, freundschaftsmäßigen, kumpelmäßigen, äh, Sache. Hab ich auch, also, ich hab jetzt erst gelernt, was, was ich crazy fand, ähm, also WhatsApp existiert ja fast nicht in Amerika. Also, ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, niemand kommuniziert auf WhatsApp hier und jetzt hab ich, äh, und alle im iMessage, ne? Genau, alle sind auf iMessage und, und ich mach nur mit Deutschen oder Europäern schreibe ich auf WhatsApp. Also, es existiert einfach nicht, dass du hier sagst, ja, wir schreiben auf WhatsApp und, ähm, das liegt daran, ähm, dass du, es gibt eine Karte, wo das ganz klar erklärt ist, weil Amerika hatte sehr viel früher Flatrates für Messaging. Also, da war quasi, da hat die Nachricht nichts mehr gekostet. Aber in allen Ländern, wo das, also Deutschland zum Beispiel, hat halt eine SMS 16 Cent gekostet und, ähm, äh, äh, es gibt so ein paar Länder weltweit, Indien auch riesengroß, ähm, da hat das relativ lang pro Nachricht immer noch Geld gekostet und da hat sich dann WhatsApp sofort durchgesetzt, weil quasi die Datenflat vor der SMSflat kam und genau in diesen Ländern ist WhatsApp riesengroß und in allen anderen Ländern ist aber normales Messaging riesengroß und WhatsApp existiert nicht. Das ist so, so viel zum Thema Timing, weißt du, also es ist, und auch zum Thema, was für eine Herde wir, wir Menschen sind, dass quasi, nur weil es da so ist, ist es da so. Also, es ist eben nicht die beste Technologie oder die tollste Lösung, sondern es ist wirklich zeitlicher Zufall gewesen und Voraussetzung, dass es beim einen was anderes kostet. Aber, also, Snapchat ist riesengroß hier, ja, da hast du es damals gepostet. Zurück zur, also, A, megageiler Abend, das war großartig und B, weißt du, noch am Morgen danach, als wir dann vorm Rennen, wollten wir, wollte ich so ein kleines, lustiges Video drehen, quasi, wo du, ich weiß gar nicht, wer wen geweckt hat, aber ich wollte quasi, ach, mit Nico zusammen. Also, Nico hat dich geweckt, oder wie rum war es? Ja, er kam zum Zimmer und hat mich geweckt und dann musste ich seinen Rennanzug anziehen. Genau, und der war dir, da warst du schon besser gebaut, also, besser, muskulöser, du hast nicht in diesen Rennanzug richtig reingepasst, weil du, weil du so stramme Oberschenkel hattest. Nee, eben nicht zu fett, sondern eher so zu, also Rennfahrer sind halt ja wirklich klein, du warst wirklich sehr muskulös am Ober, also, weißt du noch, wie du die, 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 dann hatten alle Angst, dass der Anzug irgendwie kaputt geht dabei. Vor dem Rennen und dann mit dem Helm und so, ach, das war, war, war jetzt nicht das erfolgreichste, viralste Video, was ich je gemacht habe, muss man, muss man auch mal zugeben. Aber das Wochenende war geil, oder? Formel 1, das war, das war, das war schon ein lustiges Erlebnis da. Aber das machst du jetzt überhaupt nicht mehr, oder? Null, gar nicht. Also, die haben, ich mache vielleicht ein Rennen dieses Jahr, habe ein bisschen Bock, ähm, ich, äh, muss mal gucken, also Louis zum Beispiel, ich glaube, mit Louis, der, der achtet schon jetzt zu Recht auch und das finde ich auch mega geil, der achtet sehr drauf, ähm, 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 dass er, äh, Black, äh, Leute heiert, mit denen er arbeitet, finde ich auch richtig so, also, ist auch gut so, finde ich. Und, ähm, das, deswegen, ich glaube, mit dem würde ich jetzt nicht noch mal sauviel zusammenarbeiten, äh, glaube ich zumindest von ihm aus, also, müsste man ihn fragen, weiß ich nicht, ähm, ähm, aber, äh, mit dem Team würde ich durchaus gerne noch mal ein Rennenwochenende machen, ich erwische mich manchmal, aber also, ich vermisse es nicht, aber es war natürlich schon ein bisschen mehr Halligalli, also gerade jetzt, wenn ich, ich bin jetzt seit einem Tag, nee, seit zwei Tagen zum ersten Mal so, dass ich eben nicht mehr rausreisen kann und zurückkommen kann, wie ich will und das, äh, äh, ja, da merke ich schon, dass ich ein bisschen mehr Sehnsucht danach habe, was ich da vor drei Jahren gemacht habe, weißt du, ich meine, aber da war ich auch 300 Tage weg und, und bin 17 Mal um die Welt im Jahr geflogen. Ich habe auch immer gewundert, wenn ich merke, wie du in Deutschland bist und ich mir denke, es ist ja, es ist ja schon jetzt kein Katzensprung, also nach L.A. und zurück, ne? Ja, aber ich habe das ja ganz gut hingekriegt mit diesem ganzen, also, wenn du einmal Routine drin hast im Fliegen und in Wechseln und wenn du, das, das geht ja dann irgendwann schon und diese ganzen Formel-1-Umfeldleute, die sind das ja alle gewohnt und achten schon sehr drauf auf die ganze Ernährungssache und Vorschlafen und halt sich ein bisschen bewusster einstellen auf die, und, und, also, ehrlicherweise ist es natürlich, wenn du alle drei Wochen wechselst, die Zeitzone, dann adaptierst du natürlich viel, viel schneller, weil auch das ist einfach Übung, also so stumpf, wie es ist, je mehr du es machst, desto einfacher. Mir fällt es mich echt mal schwer. Für mich ist schon so zwei Stunden Zeitunterschied schwierig. Aber frag mal Lufthansa-Crews oder generell Flugbegleiter, die sind so schnell im Adaptieren, weil sie es einfach die ganze Zeit machen, das ist wirklich einfach krasse Übung so drumherum. Das ist schon hundertprozentig so. Ja, bitte. Paul, ich muss dich ganz kurz nicht unterbrechen, aber es wird sich lohnen, nicht nur für dich, sondern für alle unsere ZuhörerInnen, denn Readly ist der Partner und Readly hat ein Wahnsinnsangebot. Also, 1,99 Euro für zwei Monate und jetzt sage ich euch, was Readly ist. Readly ist in meinen Augen die sickeste und beste App, die man haben kann, wenn man Magazine so liebt wie ich. Es sind über 5000 Magazine weltweit, die man zu diesem Kurs bekommt. Wer internationale Magazine früher an Flughäfen oder Bahnhöfen gekauft hat, weiß, wie teuer einzelne Magazine sein können internationaler Natur. Das ist selbst, wenn der reguläre Preis irgendwann dann für euch gültig sein sollte, wenn ihr länger als zwei Monate Teil der Readly Community sein solltet. Mit einem Magazin, was ihr da downloadet, habt ihr eigentlich schon alles wieder rausgeholt. Es ist wirklich Wahnsinn. Was liest du denn da, Joko? Also, was sind deine Lieblingslinge? Ich? Das ist von internationalen Magazinen. Du bist doch eher, also gibst doch zu, bitte. Du guckst doch die Preis-Leistung. Also, es gibt ein Magazin, das heißt Preis-Leistung? Nee, noch nicht, aber vielleicht sollte ich das mal machen. Also, es gibt Tageszeitungen natürlich, aber dann hast du auch, also ich persönlich bin ein großer Fan von so hier Adweek und Wired und Fast Company gibt's da. Das sind die ganzen Wirtschaftsmagazine aus den Staaten, die du wahrscheinlich auch kennst. Da hast du aber auch Fallstuff, dieses, ja, so kulinarisch, das ist, glaube ich, nur die österreichische Variante, glaube ich, aber trotzdem wahnsinnig spannend, weil immer sehr, sehr gute, große Berichte über tolle neue Restaurants und wahnsinnige Weingüter oder Atrium, wahnsinnig tolles Architekturmagazin. Ganz viele, obwohl sie, was Nachhaltigkeit angeht, eine Katastrophe sind, sehen sie halt trotzdem sehr, sehr schön aus und ich mag einfach auch aus ästhetischen Gründen Jachten sehr gerne. Die haben auch sehr viele internationale, tolle Jachtmagazine. Rob Report, dieses absolute Luxusmagazin, wo wahnsinnig viel drin ist. Also, es ist wirklich, also, ein komplettes Spektrum. Du kannst da von absoluten Quatschmagazinen bis hin zu wirklichen Interessen alles abdecken. Was würdest du mir da empfehlen? Also, was wäre da für mich drin? Gibt's da ein paar Magazine, die gut sind? Es gibt tatsächlich ganz tolle, ja, Glamping, Lifestyle in der Natur. Es gibt aber auch ein amerikanisches, sehr gutes. Sunset heißt es und Outdoors gibt's auch. Dann gibt's noch ein Magazin mit so ganz vielen Gadgets, Stuff, was sehr gut ist. Der Name ist Programm. Outdoor-Photographer ist sicherlich auch eins. Also, du merkst, ich bin tief im Thema und ich liebe es. Man kann die auch herunterladen. Also, man kann sich dann so seine eigene Rubrik machen. Die werden dann monatlich automatisch runtergeladen und dann hat man sie auch offline. Es gibt einen Familienaccount für bis zu fünf Leute. Es kostet eigentlich ein Zehner im Monat und das ist quasi der Preis, den du sonst aber für ein internationales Magazin an einer Bahnhofsbuchhandlung zahlst. Die kriegst du da dann einfach digital und hast dann aber noch 50.000 andere oder 5.000 andere, um faktisch zu reden, zur Auswahl. Und jetzt gibt's aber für alle AWFNR-Hörer, also alle Roommates da draußen, das Angebot. Zwei Monate für 1,99 Euro. Dafür geht ihr einfach nur auf de.readly. Readly schreibt man wie Englisch lesen, also R-E-A-D und dann L-Y.com slash AWFNR und da könnt ihr euch dann anmelden und dann, ich packe es auch nochmal in die Shownotes, bekommt ihr aber zwei Monate für 1,99 Euro. Da war jetzt sehr viel erzählt, aber ich hoffe, man merkt an meiner Stimme, ich bin wirklich begeistert. Ich liebe diese App, sie ist unfassbar und dass es jetzt für 1,99 Euro gibt, ärgert mich fast, dass ich das 9,99 Euro Abo habe. Und es ist noch dazu für zwei Monate für 1,99 Euro. Vielleicht melde ich mich kurz ab und melde mich nochmal kurz an, aber das mache ich jetzt hier und du machst jetzt da weiter. Also, Readly, ich packe es in die Shownotes. Aber was hast du denn vor? Also generell, also ich finde es ja immer faszinierend, wie lange dauert ein Film, den du drehst? Im Durchschnitt so zweieinhalb Monate bis drei. Okay, und wie viel bereitest du dich vor davor? Das kommt auf das Projekt an. Aber ein halbes Jahr ist es schon in Summe, oder? Ja, nee, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Also ich glaube, das wäre jetzt übertrieben zu sagen, man beschäftigt sich damit ein halbes Jahr. Es ist meistens eher so, dass es auch unterbewusst passiert. Also man weiß ja meistens schon, also bei mir ist es so, dass ich dann oft weiß, ich drehe nächstes Jahr den und den Film oder in einem halben Jahr und dann hat man ja die ganze Zeit immer wieder damit zu tun. Also man hat dann irgendwie Gespräche mit dem Regisseur, man kriegt Drehbuchänderungen oder liest das Drehbuch mal hier und da. Also passiert ja auch einfach so nebenher sehr viel. Man beschäftigt sich ja immer schon sozusagen mit dem zukünftigen Projekt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie ein halbes Jahr in einem Zimmer versteckt und nichts anderes tut oder so. Aber trotzdem ist es ja crazy, dass du dich eine abgeschlossene Zeit mit nur einem Thema dann beschäftigst, oder? Weil du machst ja nichts anderes dann, oder? Also du drehst ja nicht parallel, ich mache jetzt einen Tag das und dann drei Tage das und dann wieder einen Tag das. Das ist dann einfach, das ist dann auch, das ist tatsächlich auch dann echt eine sehr intensive Zeit immer, weil man hier wirklich dann oft jeden Tag dreht, manchmal auch sechs Tage die Woche und so und da tatsächlich wenig Freizeit. Also man hat dann eigentlich fast gar keine Freizeit mehr für diese Zeit. Aber das ist ja auch nicht so viel. Also ich drehe im Durchschnitt so ein bis zwei Filme im Jahr. Das heißt, vor der Kamera stehe ich dann sozusagen die Hälfte des Jahres oder nicht mal und die andere Hälfte mache ich dann andere Sachen. Also dann geht es dann wieder eher darum, die Filme dann sozusagen zu vermarkten, wieder rauszubringen. Also die Interviews zu geben, Fotoshootings für Magazine und so weiter und einen Film zu bewerben. Also das ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Es ist niemals eintönig oder, 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 oder es entsteht da nie eine Runde. Ja, oder eine Gewohnheit oder so. Aber es ist tatsächlich auch so, dass, 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 dass man auch nie so wirklich sagen kann, was man jetzt irgendwie in ein paar Monaten macht oder so. Also es ist, es ist kein, kein 9-to-5-Job. Es ist genau das Gegenteil davon. Ja, voll. Also ich fand, ich finde es immer wieder krass. Ich meine, wir telefonieren ja, keine Ahnung, einmal im Monat würde ich sagen ungefähr. Und es passiert regelmäßig in den letzten drei Jahren, dass du super stoked über ein Drehbuch bist. Das erzählst du mir dann immer. Ich kann da nicht so richtig drauf antworten, weil ich habe in meinem Leben noch kein Drehbuch gelesen. Das heißt, ich kann das nicht. Aber du liest ja wirklich, also diese Projekte, wie, also wie, wie ist der Ablauf davon? Also dir wird was vorgestellt von dem Regisseur dann? Oder von, oder wer schickt dir überhaupt? Das kommt drauf an. Also, ja, also es kommt drauf an. Ja, tschüss. Und ich fand es so faszinierend, dass du so, also du hattest ja auch immer wieder so, Alter, der Typ ist der geilste, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe. Also es ist ja jetzt nicht Steven Spielberg, das Drehbuch XY für Netflix, was auch immer, sondern es sind ja auch wirkliche undergroundigere Leute, die du da gefeatured hast zwischendrin. Und das fand ich immer crazy, wie, also es ist einfach ein Bereich, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe, muss ich zugeben. Also weißt du so, das ist diesen, also du musst ja schon auch. Ja, aber das ist ja, das ist ja bei dir auch das, also für jeden ist es dasselbe. In den Metieren, in denen man arbeitet, kennt man sich natürlich aus. Und natürlich bekommt man dann viel mit. Man bekommt natürlich, man achtet ganz anders auf Filme, die man, die man sieht. Wenn einem was gefällt, dann merkt man sich natürlich den Namen von dem Autoren oder von dem Produzenten oder von dem Regisseur. Und ich habe natürlich auch ständig mit Leuten zu tun, die in der Branche arbeiten. Und ja, normalerweise ist es so, dass ein Produzent dir ein Drehbuch schickt oder ein Verleih oder ein Regisseur. Manchmal ist es eine fixe Idee, nur eine Idee und die Leute versuchen darauf, wenn sie dann den ersten Schauspieler haben und so, sozusagen so ein Paket zu schnüren mit den Leuten, die daran arbeiten. Manchmal ist das ganze Projekt auch im Grunde schon fertig und sie brauchen nur noch eine Besetzung, also einen Cast. Das ist immer sehr unterschiedlich. Aber ja, man kriegt dann halt ein Drehbuch geschickt normalerweise und dann muss dazu sagen, ich habe aber auch das Glück, also das war ja natürlich auch nicht immer so. Früher bin ich zu Castings gegangen. Da hat man eine Casting-Einladung bekommen für eine Rolle und muss sich dann halt mit 20 Mitbewerbern um die Rolle bemühen. Mittlerweile ist es so, dass ich das Glück habe, Drehbücher zu bekommen, dass man dann Angebote bekommt. Mit einer Rolle wirklich für dich, die sagen, das ist okay. Genau. Ja, also nicht unbedingt für mich. Also wenn ich es dann absage, dann macht es halt jemand anders. Ja, aber ich meine, trotzdem ist dir klar, wenn du liest, ich würde jetzt diesen Charakter spielen. Genau. Ja, genau. Achso, ja, ja. Die sagen dann, ja, genau. Die Rolle wäre für dich, magst du das spielen. Ja, und das ist aber dann auch eben, das ist dann so eine andere Herausforderung, dass man dann die richtigen Entscheidungen trifft und sich für die richtigen Projekte entscheidet, weil man steht natürlich auch dann so mit seiner eigenen Marke dann für eine gewisse Art von Filmen. Also ich meine, ich bin zum Beispiel großer Leonardo DiCaprio Fan oder George Clooney. Man weiß halt immer, worauf man sich einlässt. Also wenn die einen Film machen, dann ist es halt auch einfach immer geil. Also da gibt es einfach keine Enttäuschung. Und das ist natürlich aber auch so ein bisschen die Aufgabe dann oder die, ja, das ist so ein bisschen die Aufgabe, die man dann hat, dass man halt sozusagen sein Publikum auch nicht enttäuscht und trotzdem vielleicht auch manchmal neue Sachen wagt, weißt du, und auch interessante Filme macht oder Dinge macht, die überraschen. Aber prinzipiell macht man das ja eigentlich für das Publikum. Und ich finde schon, dass man das immer so im Hinterkopf behalten sollte. Und so gehe ich dann einfach an. Da musst du ja tatsächlich, also da bist du ja quasi deines eigenen Glückes Schmied oder der Karriere Schmied, dass du wirklich drauf schauen musst, was ich habe nie drüber nachgedacht. Das ist mir jetzt, also mega geil. Das ist mir klar. Wirklich, Leo DiCaprio macht nur geile Filme. Das liegt vor allem an seiner Auswahl, wo er mitmacht. Weil du bist natürlich abhängig davon, was für ein Regisseur, wo das auch Budget wahrscheinlich, oder? Also so irgendwo kommt ja auch eine Qualität, die du nicht mehr hinkriegst, wenn du nicht genug Geld hast, oder? Absolut, ja. Aber wenn du Leonardo DiCaprio anfregst, dann hast du normalerweise ein ganz gutes Budget, glaube ich. Dann muss man nicht so auf ein Fending achten. Hast du je nach Hollywood geguckt? Also ist das was, was irgendwie wie, also wahrscheinlich jede dritte Frage in jedem Interview, wann geht's nach Hollywood, aber ist das was, wo man, also ist der deutsche Film groß genug? Gibt's da genug geile Sachen, die da sind? Oder will man eigentlich nochmal einen Schritt weiter gehen? Achso, ja. Nee, also ich bin natürlich total zufrieden hier. Also ich kann mich ja nicht beklagen und bin sehr froh, dass ich eine Film machen kann. Aber natürlich, also jeder guckt da mal rüber und sagt so, boah, ich hätte auch Lust mal in einer geilen Ami-Produktion mitzuspielen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es natürlich auch echt irgendwie, glaube ich, richtig schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen. Was soll man denn spielen? Ich spreche Englisch, aber natürlich mit Akzent, einen deutschen Soldaten wird man mir, glaube ich, nicht abkaufen. Weißt du, so, also, weißt du, das ist, ich wüsste nicht so genau, was ich da für eine Funktion hätte. Einmal gucken, vielleicht passiert da irgendwann mal was, ja. Aber ich, du, es ist aber nichts, woran ich die ganze Zeit denke oder so. Also ich bin, wie gesagt, sehr froh über meine Karriere hier in Deutschland. Und die erfüllt mich schon ganz ausreichend. Total, aber trotzdem ist es ja, also was mir auch immer geholfen hat, ist kurzfristig zu denken. Also so, ich bin jetzt 40 und trotzdem weiß ich nicht, was ich nächstes Jahr mache. Also so, jetzt weiß ich gerade, was noch so ein halbes Jahr passiert. Aber was ich im Januar mache, keine Ahnung. Also ob ich, noch nicht mal, wo ich wohne. Also so, vielleicht ziehen wir zurück, vielleicht ziehen wir woanders hin. Whatever. Ich glaube, dass wir hier bleiben. Ich finde es hier gut, grundlegend. Aber ich führe immer im August ein Gespräch darüber, was im Jahr danach dann passieren soll. Also ab August ein Jahr später mit meiner Frau darüber. Also so, der Horizont ist immer ein Jahr. Das hat mir krass geholfen in der Vergangenheit. Weißt du, also dass man eben nicht den großen Traum, den ich will unbedingt das und das, in sechs Jahren will ich da und da und in neun Jahren und in drei Jahren und was auch immer. Ich habe wirklich nie eine Ahnung gehabt. Und dieses kurzfristigere Bedenken hat bei mir, also mir sehr geholfen. Ist das auch was, was, also du hast ja auch dann abgeschlossene Projekte immer. Du weißt ja jetzt wahrscheinlich nicht, was nach, also weißt du das jetzt schon, was du im November drehst? Nein. Nee, aber dieses Jahr mache ich auch nichts mehr. Ich habe dieses Jahr jetzt auch zwei Filme gedreht. Das reicht jetzt erstmal. Ich muss ja, wie gesagt, das muss man auch alles dann erstmal wieder rausbringen. Also ich muss dann für diese Filme ja auch die Werbetrommel rühren und das ist ja dann auch nochmal ganz schön viel Arbeit. Also dann, das geht dann auch nicht mehr. Also zwei, zwei, zwei merke ich, ist das bei mir echt der Peak im Jahr, was ich so, was ich so stemmen kann. Also maximal. Eigentlich ist es eher so ein Film mehr. Ihr macht immer so Touren auch, also wie bei Fakir Goethe damals. Also ihr habt ja, da habt ihr ja so richtige, mit Heli und so, ne? Ja, bei Fakir Goethe hatten das, da hatten wir und bei türkischer Anfänger. Aber da hatten wir wirklich bei der ersten Kino-Tour von Fakir Goethe, also sind wir einfach in 35 Städte gefahren und haben überall sozusagen eine Art Premiere gehabt mit Publikum und mit Fans. Aber das war in einer Woche, also 35 Städte in einer Woche. Alter. Und hatten dann auch eine Hubschraube, weil wir meistens so fünf, ja noch mehr, manchmal sogar sechs Städte am Tag gemacht haben. Das war geisteskrank. Also wirklich dann so, man wusste überhaupt nicht mehr, welcher Stadt man ist. Also wo sind wir gerade? Nürnberg. Ah, okay, hallo Nürnberg. Und das ist, das war auch echt, also das war damals sehr, sehr spannend und mega aufregend und richtig cool, aber das war auch einfach zu viel irgendwie. Also das ist so rückblickend, also das könnte ich heute gar nicht mehr, also in dem Ausmaß. Das ist so, das rast dann auch, also da ist dann alles so an mir vorbeigerast. Ich habe überhaupt nicht mehr gecheckt, was da passiert, weil man einfach gar nicht hinterherkommt, weißt du? Also es ist ja so, man muss ja auch irgendwie, wie sagt man, wenn man reist, das dauert zwei Tage, bis die, bis, bis die Seele auch ankommt oder so, ne? Ja. Wenn man irgendwo in einem anderen Land ist oder so. Und wenn eben, wenn der eigene Geist oder die Seele gar nicht mehr hinterherkommt, weil man von einem Ort zum anderen hetzt und so und alles, alles so intensiv ist und so, 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 so zu viel auch irgendwie, dann kann man das ja gar nicht mehr realisieren und gar nicht mehr so wahrnehmen. Aber war halt krass damals. Also es hat Spaß gemacht und, 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 und war natürlich auch Wahnsinn damals mit dem, mit dem Erfolg von Fakke Goethe 1 damals. Aber das macht man natürlich jetzt nicht mehr, also macht man nicht bei jedem Film. Das geht gar nicht. Ist auch eine Kostenfrage. Also das kostet auch sehr viel Geld dann mit so den ganzen Leuten und dem Hubschrauber und sonst was da rumzufliegen. Aber es war damals ein super, ja, es war eine super Idee und, ähm, war eine witzige Zeit. Und aber, also was heißt denn Promo sonst? Du gehst zu TV-Shows oder machst Interviews oder also du, du. Genau. Mit dem Schnitt hast du ja wahrscheinlich nichts zu tun, oder? Mit was? Mit dem Schnitt? Mit dem Schnitt? Nein, nein. Es gibt quasi nochmal drei Monate, nachdem du gedreht hast oder was auch immer der Zeitraum ist und dann, und der Zeitraum, dann kommst du quasi nochmal, äh, wenn der Film rauskommt. Da wirst du nochmal aktiviert. Ja, da fängt man dann ein paar Monate vorher schon an, dann macht man dann für die, für die größeren Magazine macht man Fotoshootings. Dann, dann, dann für die, für, 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 für Tageszeitungen. Ne, und dann, dann, dann halt natürlich für die ganzen, für die ganzen Zeitungen, äh, die dann aktuell erscheinen. Also die ganzen Tageszeitungen gibt man dann Interviews, ähm, Radiosendungen, ähm, man geht in Talkshows. Ähm, all das, was man, also man macht in Firma da einfach bekannt. Das ist so, das erlebt man ja überall. Also wenn man, wenn, wenn ein Künstler ein neues Album rausbringt, ein Musiker, dann, ja. Da kommt man ja auch normalerweise davon mit, wenn, 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 wenn der Künstler. Das ist echt nah dran, dieses Ganze, also das überrascht mich gerade auch so diese, wenn du sagst, also es ist natürlich genauso wie, also ich bin ja, mit Marten spreche ich schon auch drüber, wie wiederholt man sich und, also weißt du so, so der, wenn du jetzt als Musiker, ist ja auch ein schmaler Grad zwischen Veränderung und Wiederholung. Also weißt du so, was funktionierend ist, mache ich jetzt Kids 2 oder was auch immer, weißt du, oder lila Wolken, ja, blaue Berge, was auch immer. Oder versuche ich wirklich was Neues, einen neuen Sound, eine neue Veränderung, weil es ist ja fünf Jahre her, wir haben uns alle erheblich verändert in fünf Jahren, aber es ist immer schwer, sich zu verändern. Also gerade, also wird ja für dich nicht auch nicht super easy gewesen zu sein. Also der Fall Colini war ja was anderes als Fuck You Goethe. Also das, das war ja bestimmt ein schwerer Schritt so. Ne, für mich war es kein schwerer Schritt. Aber das ist natürlich so, dass die Leute von mir jetzt per se wahrscheinlich erstmal romantische Komödien erwarten oder lustige Filme. Ich finde es aber mega interessant natürlich auch, was ich aber, das habe ich auch vorher schon gemacht, aber eben auch mal andere Sachen zu machen, andere Genres, auch ernsthafte Filme zu drehen. Und ich merke schon, das passiert jetzt auch immer mehr und ich glaube schon, dass die Leute mir das halt, oder ich hoffe, dass die Leute mir diese Rollen genauso abnehmen. Aber klar, es ist gut möglich, dass viele Leute auch in Zukunft lieber einen Seki Müller sehen wollen, der halt, der mit der Pumpkin auf Schüler schießt, als einen Anwalt, der Kriegsverbrecher jagt. Weißt du, so, das ist, aber prinzipiell muss ich ja vor allem, also ich entscheide das ja auch, um das nochmal zu antworten, ich überlege halt immer, ob ich den Film selber sehen möchte. Und wenn mich das Drehbuch interessiert und ich das lese und mir denke, den Film würde ich selber gerne im Kino sehen, dann ist eigentlich die Entscheidung gefallen. Crazy. Aber es ist so eine andere Welt, es ist echt. Also gerade, gratis Drehbuch lesen und so weiter. Also ich meine, ich telefoniere ja jede Woche hier mit Joko, der ist kein Leser. Weißt du, also der könnte kein Schauspieler werden, weil er einfach, glaube ich, kein Drehbücher lesen will. Und dessen Motto ist, ohne Proben ganz nach oben und ohne Vorbereitung irgendwie, was er mega ist. Es gibt keinen, der so gut unvorbereitet ist. Aber ich wollte gerade sagen, ist er ganz gut gelaufen. Also das ist absolut tight. Also das ist total geil. Also es ist hocheffizient. Und der, also ich meine, jetzt wüsst du ja auch, wie war diese Aufzeichnung? Also du warst ja da bei der Show dabei. Bei seiner Sendung? Ja. Wie nimmst du sowas wahr? Witzig. Also bringt es Bock? Ja. Ja, mega. Ich durfte ja sogar moderieren am Schluss. Als ich hab doch dann gewonnen und durfte dann eine Sendung moderieren. Ja, das war, ich fand's eher krass dann, weil das war für mich auch ein totales Neuland. Und ich hab völlig überfordert eigentlich. Aber irgendwie, ich war eher erstaunt, dass ich ganz gutes Feedback darauf bekommen hab, weil ich, ich hab die Sendung, also ich konnte mich danach gar nicht mehr dran erinnern, weil das alles so, auch so, so eine Überforderung war. Man hat ja dann auch so ein, so ein, wie nennt man das denn, im Ohr, im Ohr, dieses Ding? Ja, ein Knopf im Ohr. Knopf im Ohr, ja. Ja, weißer oder was auch immer, ja. Genau. Da wird einem dann die ganze Zeit gesagt, hier in die Kamera, geh nach vorne, sag jetzt das, die nächste Karte und so, nächstes Spiel. Und man muss aber die ganze Zeit während des noch interagieren und reden und dann hat man die ganze Zeit diese Stimme auf dem Ohr und so. Ey, das war, also ich fand das ziemlich krass. Also schon auch irgendwie. Wird man da aggressiv gegen die Person, weil die einmal mal erzählt, was man macht? Nee, gar nicht. Das war mega cool. Ich war dankbar für die Hilfe, nur es ist für mich halt auch so. Ich denke, wow, schon krass, was die Moderatoren da leisten. Und seitdem guck ich da auch ganz anders drauf, zum Beispiel, wenn man dann halt so souveräne Leute sieht, zum Beispiel, keine Ahnung, Kalt Pflaume fällt mir da ein. Oder auch Joko natürlich. und so. Das ist schon cool zu gucken, was zum Stil die moderieren und wie gelassen und wie ruhig die das machen. Aber ich glaube, das ist doch überall so. Je mehr Routine man hat und je gelassener man ist mit dem, was man tut und je weniger Furcht man hat, desto besser ist man ja auch. Hundertprozentig, ja. Aber trotzdem ist es ja auch, also ich glaube, das Hauptfeedback, also mich haben auch viele Leute angerufen und haben gesagt, wie cool ist Elias in dieser Show. Also so, und auch mir sehr wichtige Leute, Olaf zum Beispiel, hat immer gesagt, so wie geil der ist und wie lustig der ist und wie, was auch immer. Und du hast, wir haben da, glaube ich, zweimal telefoniert in der Zeit und du hast gesagt, boah, da wusste ich schon wieder das und das nicht. Also man, wahrscheinlich hat man ja auch Angst, dass man, dass man irgendwie dumm rüberkommt, oder? Bei so Wissensquiz. Ich habe noch nie bei sowas mitgemacht. Ich, äh, deswegen, äh, also es muss ja, ist ja auch Druck, oder nicht? Also, weißt du so, wenn dann, wer ist denn der Bundeskanzler und du denkst, oh, fuck, das, wenn ich das jetzt nicht weiß, dann ist, äh... Absolut. Also wirklich, war ja auch so. Ich habe auch ein paar Sachen nicht gewusst, die waren echt, also, wo du dann auch merkst, so während du, während du sie nicht weißt, denkst du so, Gott, das ist jetzt wirklich peinlich. Und ich war dann genauso froh, dass ich dann andere Sachen beantworten konnte und die, die Ehre wieder ein bisschen hergestellt war. Aber, äh, ja, es ist absolut so. Also man muss sich der Gefahr bewusst sein, dass man, dass man in so einer Sendung auch ganz schön doof wirken kann. Aber es war ja lustig und darum ging es ja frei, dass wir in der Sendung einfach nur Spaß haben wollten. Und ich glaube, äh, jetzt gibt's eh, also Joko macht doch jetzt eh nochmal eine zweite Staffel. Er hat schon gemacht, ne? Genau, ja, ja. Aber mit neuen Leuten, ich weiß nicht. Wir waren zu doof. Er hat jetzt klügere Kandidaten. Und, ähm, aber also, grundlegend machst du ja nicht so viele Fernsehshows, oder? Also du bist ja jetzt nicht von Ort zu Ort. Doch, wir haben uns einmal bei Zirkus Halligalli, da haben wir uns mal kennengelernt. Da wussten wir, da kannten wir uns aber noch nicht. Da warst du auch mal Gast. Da habe ich, glaube ich, auch zwei Fotos von dir gemacht. Ich war mal da, der Setfotograf. Ich war sogar schon mal Wetten, dass mal. Wow. Ja. Noch zu Thomas Gottschalk-Zeiten oder Lanz? Ne, leider nicht. Leider Lanz. Wo war das? In Offenbach? Oder in? Ne, Halle. 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 Nein, aber es war für mich immer so als Kind, weil Wetten, dass einfach immer so das Größte. Deswegen sage ich das. Also Wetten, dass du einfach Samstagabend, wenn ich mal Fernsehen durfte als Kind, dann durften wir mal Wetten, dass gucken. Das war einfach so ein Highlight. Einmal im Monat. Und als dann irgendwann mal da, ich glaube, zu Fack-Güte-Eins-Zeiten war das, ja, dann eingeladen wurde, das war einfach so, wow, ich darf zu Wetten, dass. Das ist richtig cool. Aber, aber ja, doch, ne, ich mache viele Talkshows. Ja, aber nicht so Spielshows normalerweise. Also du bist ja jetzt nicht. Ne, ach so. Also da gibt es ja so ein paar Leute, die übel am Start sind. Das bist du ja nicht. Muss man ja schon sagen. Das stimmt. Ich rede dann lieber mehr. Wann kommst du hier mal vorbei wieder? Das war wirklich, also, erinnere ich noch, das war einer der schönsten Tage, die im letzten Jahr. Ach komm, Paul, ey. Hey, du darfst nicht vergessen, Elias, das ist wirklich, es ist für mich tatsächlich, also da, wenn irgendwas scheiße ist gerade, dann ist es, dass ich das, was ich hier habe oder was ich hier, also ich empfinde, wie ich hier lebe und was ich so jeden Tag erlebe, finde ich total krass. Und auch, also nicht nur das Berufliche, nicht nur der Ort Kalifornien, sondern natürlich auch meine Familie und wie ich hier so lebe. Ich merke es aber, dass es mir sau, sau, sau wichtig ist, das zu teilen mit Leuten. Und deswegen, also, ich meine es wirklich ernst, an dem Tag, an dem du da runter kamst und wir dann so, ich sag mal, 24 Stunden gemeinsam hier erlebt haben, das ist mir wichtig. Ja, 12. Ja, oder? Ja, 12. Aber trotzdem ist mir das wichtig zu teilen, weil ohne, wenn man es nicht teilen kann, dann, dann ist es für mich nur halb so viel wert tatsächlich. Und das, ich habe so richtig gemerkt, ich lege es dir jetzt mal in den Mund, aber der, du hast ja wirklich oft gesagt, so, oh, das ist schon geil, wie wir da so mit den Dings und dann sind wir da mittags essen gegangen und dann, ja. Wie, nimmst du die Leute eigentlich immer mit, so auf Instagram und so? Machst du schon, ne? Nee, nee. Also ich zeige ja null Familie. Deswegen, jetzt war ich mir gerade überlegt, so, ich glaube eben, das sieht man gar nicht bei dir, ne? Ja, ich mache manchmal so kleine Insta-Stories, aber so richtig, so jetzt, wie man das machen müsste, nämlich wirklich sauberes Visual Storytelling, das ist der Fachbegriff dafür, dass man wirklich sagt, hier, guck mal, heute machen wir das, jetzt machen wir das und so und so ist das. Also dass man ein bisschen erklärt, dass so, also, dass es wirklich so nah wie möglich an diesen 12 Stunden ist, das tue ich nicht, nee. Okay. Nee, weil das war dann eben absolut, ich fand, ich war echt, ich war echt fasziniert, wie schön das da ist, wo du dann bei uns da in Newport und eben mit diesen E-Bikes, die wir dann am Strand rumgefahren sind und dann irgendwie, also das war halt einfach wie in so einem Idylle dort und dann irgendwie, du hast mir mal erzählt, irgendwie die Kids gehen surfen nach der Schule, können sogar irgendwie, wenn die Wale kommen, dann wird der Unterricht auch unterbrochen und die laufen raus und können in Wale gucken und so. Immer wenn Wale, Sichtung, dann müssen alle raus. Also das ist ja absurd, also das ist ja so krass. Und ich fand es auch geil, wie die Leute alle da drauf waren, dass alle so freundlich waren, jeder grüßt einen so, alle sind so ein bisschen gelassen und es war einfach echt so California, California Dreaming halt einfach, ne? Waren es richtig cool. Also ich kann total verstehen, dass du da nicht weg willst. Aber... Und dann am Tag danach waren wir in den, weißt du noch, Nobu? Alter, das war auch großartig. Das war krass. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber das kannst du mir jetzt mal erklären. Das ist, also du schreibst auf Insta Herrn Nobu, oder was? Wie kriegst du diese Tische? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Also du hast den kennengelernt irgendwann, oder was? Also wir reden wirklich von dem krassesten Restaurant, was es, glaube ich, weltweit tischmäßig gibt. Also Kim Kardashian kriegt da mit Mühe und Not den Mitteltisch für elf Leute und Elias M. Barik. Und über eine Insta-DM, ne? Also wir saßen wirklich Piers Brosnan am Nachbarn. Das war auch geil, wie du zu Piers Brosnan gesagt hast. Das fand ich übrigens, weil du vorhin gesagt hast, Fotos oder sowas. Da hast du dem nur so im Nebensatz irgendwann, sind wir dann vorgegangen, dann hat der dann, da war so ein Sonnenuntergang, so ein krasser, und er hat ein Foto gemacht. Und dann hast du so nur ganz normal zu ihm gesagt, you're a true legend, amazing. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, no, you're a true legend. Ah, ja. Hat der von dir wohl gesehen? Was meint er wohl damit? Colini vielleicht? Nein, der kannte mich natürlich überhaupt nicht. Der hat einfach nur zurückgespielt. Okay, gut. Aber es war ein geiler Moment, weil das war kein Foto, kein Dings, kein was auch immer, sondern so ein ganz respektvoller Umgang mit so einer Situation, fand ich. Das ist ja auch krass einfach. Das kann man den Leuten ja auch mal mitteilen, weißt du. Voll. Wie kriegst du den Tisch? Ohne was zu wollen. Ich habe Nobu-San mal irgendwann kennengelernt. Also muss dazu sagen, Nobu ist eben, das ist so eine Kette. Also die Kette hat angefangen, glaube ich, mit einem Restaurant in Beverly Hills in den 80ern oder 90ern. Ne, in den 80ern, glaube ich. Und seitdem ist es halt einfach ein Riesending, aber in ganz, also in großen Städten gibt es meistens ein Nobu. Also in Paris, in London, in New York, in Malibu und so weiter. Und das sind immer ganz tolle japanische, sehr teure Restaurants mit unfassbarer Qualität. Und ich habe den irgendwann mal kennengelernt, den München, den echten Nobu. Also da gibt es auch Nobu Matsuise, heißt der. Und das ist ein Japaner. Und wir haben uns da verstanden irgendwie, weil er hat, ja, die haben mir den vorgestellt, als ich im Restaurant war. Und dann haben wir uns irgendwie auf Instagram, er hat damals ein Foto mit mir zusammen gepostet und ich habe ein Foto mit ihm gepostet. Und seitdem sind wir halt Instagram-Freunde. Und er liked auch voll auf meine Fotos und so und ich seine. Und ich habe dann halt irgendwann mal gefragt, ob ich einen Tisch haben kann in Nobu Malibu. Wobei dieses Restaurant war. Ich wusste, dass ich bei dir bin da in Kalifornien und ich wollte unbedingt mal in dieses Restaurant gehen, weil das so schön sein soll und es ist ja direkt am Wasser und es ist wohl immer ausgebucht auf Monate und so. Man kriegt da ganz schwer einen Tisch. Keine Chance. Aber er hat dann irgendwie auch nach zehn Minuten geantwortet und hat sofort geschrieben, ja, wie viel Uhr, welche Personen und so. Und dann kam wer an im Restaurant. Das war eher witzig, weil Sonntagnachmittag, der Laden brechend voll. Und als ich dann meinen Namen sagte, wurden sofort so Köpfe zusammengesteckt und die Typen waren auf einmal so aufgeregt. Und meinten dann so, äh, Sir, 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 your table is ready for you, Sir. Und dann habe ich noch gefragt, ob es ein Tisch ist, ob wir draußen sitzen könnten, ob der Tisch draußen ist. Sir, you got the best table in our restaurant. Irgendwie so den krassesten Tisch und Nobu hat dann irgendwie noch so, da kam noch so eine Flasche Champagner. Oh stimmt, da kam noch ein Gruß von Nobu-san. Das war alles total absurd einfach. Aber ja, aber cool. Schön, dass das auch so, dass Instagram dann doch noch eine andere Funktion hat. Volle Kanne. Also das war wirklich beeindruckend. Das stimmt so. Der Dings hat, du musst, ich will, ich habe noch einen Wunsch an dich. Ich habe noch einen, einen offenen Punkt. Ich will dir einmal Heidelberg zeigen. Wir waren noch nie zusammen in Heidelberg. Soll super schön sein. In meiner Heimat. Du und ich. Ja. Und da will ich dir mal, dann sitzen wir bei uns im Garten und trinken Weißwein und dann gehen wir ins Oben. Da gibt es das krasseste, geilste Restaurant, was so, was wirklich so, keine Ahnung, zwei Sterne glaube ich hat. Und das ist wirklich beeindruckender Laden. Voll gerne. Mega geil. Und die sind vor allem die realsten Leute, die es betreiben. Sind drei so unser alter und vielleicht sogar ein bisschen jünger und ultra, ultra lustige Leute und Robert hat die ganze Zeit. Und das ist so, also der, der schreibt, da sind jetzt, also wir haben das vor einem Jahr oder sowas mal besprochen. Da war ich da im Oktober letzten Jahres und habe das so Joko erzählt im Podcast. Und jetzt sind immer AWFNR Hörer da und, äh, und sagen das halt so. Also sagen dann so, ja, wir haben den Podcast gehört und jetzt sind wir da und die, die schicken wir dann und dann kriegt man immer einen Schnaps umsonst so drumherum. Und das ist wirklich eins der geilsten Restaurants, in denen ich je gewesen wäre. Also du wirst da deinen Spaß haben. Wir haben so gut gegessen schon in unserem Leben. Lokale, super high-end, äh, aber, aber deutsch. Also so, es ist ein bisschen wie es Nomad in, in, äh, in Dänemark, da warst du mal, in Kopenhagen, im Nomad. Das ist so, halt so super viele kleine Gänge, aber auch so ganz verrückte Sachen wie Tannenzapfen, animierte und aber auch ein lokaler Lachs. Also so alles, alles aus der... Das ist ein bisschen Hobby, wenn man älter wird, ne? Ja. Unfassbar geile Küche. Ja, ich liebe, ich liebe ja gutes Essen. Und Restaurants. Ja. Was war das beste Restaurant, in dem wir je zusammen waren? Was würdest du sagen? Also Nobu Malibu war auf jeden Fall schon richtig Killer. Ähm, was gab's noch Schönes? Boah, sag du mal. Also, ey, der Italiener mit Paulina damals war auch super. Ähm, du, ey, come on. Ich denke, gehst grad durch. Auf Ibiza als campi, eiskalten Rotwein bestellt. Das war aber nicht auf Ibiza, oder? Das war in München. Nee, wo hat... Das war in München. In goldenen Kalb war das. Ja. Ja, aber das, also, äh, deswegen haben die ihn so komisch angeguckt und er hat gesagt, hey, auf Ibiza trinkt jeder eiskalten Rotwein. Macht man, glaub ich, wirklich, ne? Und seitdem hab ich, deswegen ihm, hab ich mich angewöhnt, ja. Ich mach's auch echt gerne, so gekühlt, nicht kalt, aber gekühlt muss er sein. Gekühlter Rotwein, aber es geht doch nicht mit allen, mit einem, es geht nicht mit, 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 mit allen Rebsorten. Aber, ähm, gerade so spanische Wände funktionieren super. Echt so, und dann im Sommer so ein bisschen gekühlt, das ist super. Muss man ausprobieren. Hervorragend. Elias, äh, wir müssen langsam zum Ende hier kommen. Wir, äh... Jetzt schon, ja? Ja, absolut. Das, das war jetzt Podcasten, so, man unterhält sich über alte Zeiten, ein bisschen über neue Sachen. Ich hab tatsächlich, und ich mein, wir haben wirklich viel Zeit verbracht in unserem Leben. Ich hab krass viel gelernt heute. Also so, mir war das nicht klar, wie wichtig diese Auswahl der Filmprojekte einfach auch für deine Karriere ist. Also so, das, das wird mir jetzt erst klar. Ist natürlich, also ich hoffe, dass, dass dein jetziges Projekt und die nächsten Projekte, äh, genauso gut sind wie dein bisheriges Händchen. Du musst ja, also... Vielen Dank. Da hast du ja ein sehr gutes Händchen gehabt bisher. Und das wird, machst du auch viel Bauchgefühl? Also wahrscheinlich, ne? Es wird ja einfach erste Überzeugung und nicht, ähm... Ja, und ich muss dazu sagen, ich hab, ich hab natürlich aber auch Leute, die, die mir da helfen. Also ich hab ne, ne tolle Agentin, die, die Bücher natürlich auch liest und mit der, mit dem, mit der berät, also mit der berät man sich dann natürlich oder unterhält sich dann über die Projekte und die gibt mir natürlich auch, 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 auch viel Wegweisendes mit. Megageil. Vielen, vielen Dank, dass Joko dich hier eingewechselt hat. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja. Warum, wo ist der denn eigentlich jetzt? Das versteh ich nicht. Der ist im Urlaub. Der kommt dann nächste Woche wieder. Ja, wir machen jetzt Sommerpause. Der, der, der ist schon im Urlaub und in sechs Wochen, Mitte August kommt wieder eine Folge mit Joko und mir und, äh, alle zwei Wochen wechseln wir einen aus auf der anderen Seite. Also als nächstes mach ich eine Überraschung für Joko. Jetzt versteh ich. Kann ich dir später erzählen, wer es ist. Das ist ganz lustig. Das ist immer, also der, der ist immer sehr, sehr aufgeregt und also wie ich halt auch. Ich bin nass geschwitzt jetzt schon wieder, weil das ist immer, das ist so aufregend, dass man neu ernt ist. Das ist auf jeden Fall gut. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, es war keine Enttäuschung. Überhaupt nicht. Hochinteressant. Gelacht. Ist gut. Okay. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute und wir quatschen, ne? Aber dann, dann wieder, dann wieder unter, unter vier Ohren. Zwei Ohren wahrscheinlich, ne? Sagt man das, ne? Das sagt man leider nicht. Vier Augen, aber unter zwei Ohren, weil ein Telefon ist ja nur ein Ohr. Na gut. Je nachdem, wie man telefoniert. Gut. Wieder unter vier Ohren. Bis bald, Elias. Danke. Und verabschiede mich jetzt auch noch vom Publikum? Kannst du gerne tun. Die Bühne ist yours. Oder tut man so, als ob man ihnen unter sich ist. Ja, dann tschüss. Alles Gute. Tschüss. Eine Sache habe ich noch und zwar werden wir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.